Jetzt kommt die Eins-gegen-Eins-Kämpfe. Yay! Schon in Prüfung. Halle der dritten Runde. Schau! Das ist nicht so, heute. Das ist nicht so, dass du dich schaust. Das ist nicht so, dass du dich schaust. Das war der Tag von Volta, oder? Ich habe das nicht so, wenn du dich schaust. Ich bin angekl. Du hast nicht gedacht, ob du dich schaust. Ich werde das 1-1-1-1-2-1-2. Wenn du dich, woher du dich gehen kannst, dann kannst du dich schaust, bitte. Ja! Was er wirklich drauf hat. Das ist ja nicht das, was er wirklich drauf hat. Das ist ja nicht das, was er. Okay, wir müssen also doch gegen ihn kämpfen. Nur gibt es ihn nicht als Charakter, glaube ich, hier. So, bereit, bereit. Natürlich sind wir bereit. Ich meine, so ein Gegner, Mann. Mit unseren coolen, armen Dingens-Maschine, Jutsu-Chakra-Dingens-Kirchen schaffen wir jeden. Auch wenn es geschummelt ist. So, 40% Gesundheit, Geheimtechnik erledige und zweimal werfen. Zwei Mal werfen. Oh, selbst das Werfen ist mit diesem Gerät. Kann man schon mal zweimal werfen? Oh? 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 Schau mal, den ersten Kampf der dritten Runde gewonnen. Mit, äh, ja, Schummlereien. Aber gewonnen! Mit Schummen. Ist es dann wirklich ein Sieg, Boruto? Oh. Das ist schon ein ganzes Mal. Das ist schon ein bisschen sicher, bis jetzt schon wieder hab ich das Spiel. Das ist schon ein bisschen das Spiel. Ich muss schon mal mitnehmen, wenn ich mich nicht mehr so leine, und dann trinken wir uns an. Ich habe es dann auch noch nicht mehr so leine. Ich habe es mir einen Moment. Soll ich mich nicht mehr so leine. Oh, das ist es auch ein bisschen. Ich habe es mir nicht mehr so viele Fragen. Aber ich habe es mir schon mal, Ich bin sicher, dass die Tatsache zufrieden ist. Aber du bist zu viel zufrieden. Ich verstehe das, was ich weiß. Oh, nee, komm. Speichern brauchen wir jetzt noch nicht. Wir machen direkt weiter, ne? Weil hier haben wir ja nichts anderes zu tun, also... Ob er wirklich alle unsere Moves kennen wird? Da wir ja jetzt mit Schummlerei neue Moves irgendwie haben, ja, ich wage es zu bezweifeln. So, gegen Shikadai. So, gegen Shikadai. Das wird der entscheidende Kampf sein, wer den Film kennt. So, 40% Gesundheit, erlegen, geht er mit einem Ninjutsu nicht mit. Okay, zweimal werfen. So, zweimal werfen schon mal erledigt. Ich finde dieser Tag. Hacke, so doof. So. So. Ei, 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 Boruto. Warum nur? Warum schummelst du? Gut, Ladebildschirm. Brauchen noch länger, okay. Okay. So. 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 Das war's für heute. Das ist wirklich etwas Drei-unter. Wollt ihr den? Das heißt, Herr Gании. Das Drei-unter. Die Drei-unter. Alle, weg! Ist das alles okay? Ja... Die Zeit ist noch später. Wenn nicht so gut, dann kann ich die Findestel hier. Jetzt ist er noch nicht so gut. Er ist nur einund? Das ist doch einwarias China-Aktar. Der große Steil ist der Herrschiff mit der Mächtung. Und der noch ein handel ist der Herrschiff mit der Mächtung. Oder die Mächtung haben. Oh, genau. Ich habe auch schon erwähnt, dass die Chakra ist. Ich habe auch schon erwähnt, dass die Chakra ist. Das ist, dass du dich in deinem Gehirn hast. Ich habe auch schon erwähnt, dass die Chakra ist. Es gibt heute viele neue Einzelnen. Ich bin ein paar Jahre alt. Er hat mir auchênciaelt. Was Karl was mit den Scheißen? Wie soll ich die Zitzen von Kaguya machen? Ich bin gewinnen. Das stimmt, Herr Schauf. Das ist halt eine kleine Schilder-Toil. Ich bin nur noch ein Schilder-Toil, sondern die Schilder-Toil. Ich bin jub Imperator, der Schilder-Toil ist. Ich habe auch wenige Sachen aus dem Mord. Ich habe mich nicht mehr als Schilder-Toil. Cool, mit den Erwachsenen. So, bereit natürlich, dafür brauche ich ja niemals Training, weil das war mit einem Schlag hier, kalt hier. Da brauche ich nur den kleinen Finger, um ein bisschen anzugeben hier. So, ich mache mal ganz kurz, während der Lead gucke ich mal ganz kurz auf die Uhr, denn so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. So, mit 60% Gesundheit, zweimal Ninjutsu und Geheimtechnik. Das wollte ich gar nicht. Cool! Alter, wie kann ich den denn treffen? Ich will mal sehen, was er drauf hat. Alter! Das war's. Ich wollte es so beenden. Es musste so sein. Gut, schwer war's nicht. Wie immer. Ich bin hier und Sasuke. Es sind so großartige Jungs. Ja, und neue Charaktere, das macht Spaß. Wenn man was Neues freischaltet, ist es immer am schönsten. Besonders, wenn es Charaktere sind. Auch wenn sie uns in der Hauptstory nichts bringen, ist es trotzdem immer schön, neue Charaktere freizuschalten. So, jetzt aber. Ladebildschirm, bitte. Bitte, beeil dich mal. Endlich. S-sugier. Ich bin dran. Dann mach's. Das war's für heute. Geht doch, Kleber! Geht doch nicht! Geht doch, Alter! Geht doch, Alter! Geht doch, Alter! Geht doch, Alter! Hey! Der Ladebücher ruiniert gerade wirklich die Atmosphäre! Das war gut. Du hast mich gehalten. Hier... Das ist dein Haus. Quai, jeder hat das selbst überlassen. Ich... Himmahari und母! Alle! Ich habe nicht gebraucht für diese Frage. Ich hab' aber noch nur gebraucht für diese... für diese Frage. Das war's. Hier ist doch nur gebraucht. Deshalb auch den Kopf schützt. Das haben wir noch nie gebraucht zu müssen. Ja, es ist gerade keine schöne Zeit für ihn, für Boruto. Die Lade wird schon mal nervenübertrieben. Entschuldigung, dass ich das mal sagen muss. Die sind viel zu lang. Und die kommen viel zu oft. Warum habe ich so angekollet, warum meine Mutter wegen der Lade ist? Ich könnte sage этому, wie immer so einen Punkt bleiben müssen, warum? Ich hatte sie eine gute Idee. Dass ich sie nicht so gut hatte. Also, wie schon sein Vater war, und ich bin whose buenos als Haupt. Aber wenn er die Mutter war, weil ich die Mutter war. Amины war so eine Prämmer. Das ist für mich, wenn ich die Mutter war, habe ich sie nicht gewusst. Dann kam er da nicht so ein Kind, dass der Kind auf dich nach Vertrauen von Gott zu sein. Ich dachte, ich guckee dir keine Ahnung. Aber du wirst da, was ich so leuggerlich gemacht? Das ist nicht anders als dein Vater. Ach was. Wirklich schlecht aus. Ich habe seine Eltern mit einem Schleppel und die Mutter mit einem Schleppel-Naruto... Was ist das? Was ist das? Was hast du? Was hast du denn? Aber was hast du gemacht? Wenn du willst, dann sagst du zu Naruto. Was? Ich gehe zu Hilfe. Der Mann ist noch immer noch lebendig. Warum hast du Sasuke so gemacht? Du bist wirklich ein starker Geist. Ich bin der Nartow. Ich bin der Nartow, aber ich werde dich als Mann zu gewinnen. Warum kannst du das nicht sagen? Du bist der Nartow, und ich bin der Nartow. Und du bist als Nartow, als Nartow. Ich bin der Nartow. Sra. Tonka? Das ist... Ich bin der Nartow. Ich bin der Nartow. Ich werde mich vergessen. Ich bin der Nartow, der Nartow. Ich bin der Nartow. Nö... Das ist ein Herz! Deその Nartow. Ich bin der Nartow, und ich bin der Nartow. Ich stehe. Ich bin der Nartow. Das sind die Nartow, von uns. Ich werde mich auf die Kirche verwendet. Ich werde mich auf die Kirche verwendet. Und dann setzt die Musik plötzlich aus, um wieder neu zu beginnen! So, sprich mit Tazuka auf dem Dach des Hokage-Anwesens. Ja! Ja! Wie komme ich hier raus? So, zum Hokage-Dach geht es da lang. Ich würde mal ganz kurz auf der Karte gucken. Was anderes dürfte es jetzt eigentlich auch nicht geben. So, nein! Ich würde einfach ganz kurz hier speichern. So, einmal speichern, bitte! So, speichern erfolgreich! Und dann mache ich erstmal eine kleine Pause. Aber ich werde gleich noch weiter aufnehmen. Kann jedenfalls gut sein. Also, wie gesagt, ich mache erstmal eine Pause. So, und dann... Ja, die Jacke... Naja, steht ihm ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber es ist mal eine Abwechslung. Okay, bis gleich also, Leute! Und macht's gut! Und tschüss! Tschüss! Oh, und entschuldige nochmal. Das ist auch noch keine Folgen gehabt. Also, bis gleich! Und vergiss nicht, den Abenteuermodus mache ich nicht mehr im Let's Play. Wollte ich auch noch mal kurz sagen. Also, bis gleich! Tschüss! 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 Amen.